Im direkten Vergleich haben wir euch auch schon mal gesprochen. Ja, aber nur kratzer. Wir hatten ja auch mal wieder zu... Wir hatten... Wir hatten ja noch einen Gegner. Was? Sonst haben wir euch vorher nicht gewinnen lassen, gell? Das ist mir nicht die Letzte. Ja, aber auch noch einen beiden. Also, mehr gewinnt als... Hat's schon so gewonnen. Ja, die haben ja nicht gewonnen. Ach so? Ja, ja. Der geht 814. Der geht 814. Der geht 814. Der geht 814. Ich sag nicht. Nichts ist eigentlich mal. Ich sag nicht mal. Tschüss. Und dann haben wir noch einen 315. Ja. Jawohl. Juhu! Juppi! Hahaha. Ja, ja. Aber ziemlich viel mit dir, wo wir jetzt spielen. Ja. Und dann steht das ganz einfach. Stand gut auf. Ist hier noch von der 315. Sehr gut. Wir sind also irgendwo weit hinten im Mittelfeld. Mit 3 Spielen haben wir abgeschlafen. Prost! 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 Ich hab meine Hand voll. Heute Abend gibt's noch ein Schläppchen dazu. Ja, ich schlafe und ich trinke. Ich schlafe und ich trinke. Ich schlafe auf die Schwimmel nicht. Ich schlafe auf die Schwimmel hier hinten. So ist das nächste Mal hier hinten. Aber wen macht der andere Platz da? Ja, ich schlafe eben. Da hinten. Die Hände gleich, weil er erst richtig schießen muss. Nicht so, dass er gerade den Finger macht. Aber gewonnen haben wir durch jeden Platz eben nicht, ne? Nee, aber nee. Aber, nee, aber nee, aber nicht. Wir haben 4 Spiele gewonnen. Wir haben das, was wir verloren haben. Die Kustine hat auch 4 Spiele gewonnen. Ja, wir kriegen vielleicht den 6. Das wird keiner mit 5 Minuten sein. Dritter Platz, Nathalie aus Leipzig und Hans aus Erlangen. Dritter Platz. Dritter Platz, Wilfried Brückner und Conny von SWR-Meinschatter-Kontz. Mal auspacken. Mal auspacken. Einmal Lächeln für die Presse. Lächeln. Sieht mir gar nicht. Das kann ich einfach mit dem Lachen. Ich freue mich für Justine Hartwig aus Leipzig. Ich hoffe, dass es allen hier wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Ich habe den Turniersieger geputzt, das finde ich gut. Was hat er gemacht? Nächstes Jahr wieder den großen, großen Brauerei kann einladen. Und dann im September natürlich am 9.9. zu unserem Wurzeliner Cup. Schöne Gläser. Ich wünsche euch allen nach Hause weg. Ich hoffe, auch Jürgen Sperten hätte keine Wasserspiele. Das war ganz toll. Alles gut bestellt. Wenn es besser gelegt hätte, hätte das unser sein können. Schön. Vorsicht, das ist nicht die Dose. Gut. Einmal Spaß für dir. Ach so hat es euer Angstgegner bekommen. Aber diesmal sind er noch nicht auf uns getroffen. Nein. Diesmal nicht. Nächstes Mal wieder. Mit Gelb noch. denn homework. Du kannst du dann Cultural ab Web reasonably sein planning.